Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute World Search. Damit breche ich die Regel, dass jede Familie, die auf 78 endet, einen deutschen Titel hat. Ich wollte die auch erst Wortsuche nennen, allerdings heißen beide Spiele, die ich präsentieren werde, nun mal World Search, dann gehe ich auch damit. Ja, es sind trotzdem simple Spiele, also denke ich, dass das doch gut in diese Reihe passt an Spielen, die wir hier gesehen haben. Ähm, das erste wurde mir rausgesucht von Schwammbok, beziehungsweise die Seite, die exakte Wortsuche werde ich durch random.org bestimmen. Es gibt 360 und es wird 250, uh, das ist eine interessante glatte Zahl. Hidden Countries, ah ja, gut, dass ich nicht Minecraft erwischt habe. Also, Hidden Countries. Ähm, was? Ich weiß nicht, welche Countries das sind. Ich habe eine Wortsuche erwischt, wo die Countries nichts zu sehen sind in der Liste. Ja, das ist ja großartig. Ich habe zuerst die Anfangsbuchstaben, das ist ja immerhin irgendwas. Ja, Wahnsinn, wie kann man denn so viel Pech haben, bitte? Oh, Mann. Was zur Hölle? Ganz ehrlich, das ist nicht so gut. Das ist ein schlechtes Losglück, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hm, nein. Jetzt muss ich auch durchziehen, oder? Bane gibt es bestimmt nicht. Bane, Alter. Ähm, Chaya, der Chatt. Oh, Monaco. Ah, ich wollte noch weiter runterziehen, ja. Ich bin nicht nur Monaco. Brony heißt nichts. Das ist wrong. Brony wrong. Ja, komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich werde ja wohl wissen, wie die Dinger heißen und auch hoffentlich finden, ja. Die Dinger vor allem, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist schwierig. Syrien haben wir auch. Ist das gar nicht diagonal, oder habe ich einfach nur gerade Armenien, die ist hier rückwärts? Doch, ich komme ganz gut durch gerade, das gefällt mir. Welche Anforsbuchstaben habe ich noch nicht benutzt, ist die Frage. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. The unique first letters of all worlds, Mexico, haben wir hier noch. Aber ich habe doch, hä? Ich habe Mali und Mexiko, die ich habe noch Ball mit M an. Okay. Ist wohl so. Okay. Was ist das hier? Urtea. Ne, Urtea ist nix. Okay, B, C, F. Habe ich schon noch was mit F? Ich glaube nicht. Fabu. Ey, Fabu. Habe schon was mit F? Ne, und jemand anderes F außer das da. Fabu. Fabucci. Fabu. 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 raini war ein oder war ein ich hab hier an der darf noch gar nichts da muss doch noch was sein ohne die dien aladdin nieder jahre haben wir hier noch ich muss sagen dafür dass ich jetzt so schlechtes glück hatte schlechtes glück man könnte auch pech sagen eine wortsuche zu finden die mir unten vorgibt exakt was ich zu suchen habe komme ich ganz gut durch jetzt nicht mehr so sehr braune baff achti achti b b man b man b man namibia vielleicht mal so rumprobieren b b k das hat ewig gedauert kuba zu finden das war auch das was die wenigsten hatten hier tatsächlich gut machen wir mal kurz die jazzmusik aus hier bin ich durch denn es gibt auf spiel mit punkt kommen habe ich gesehen auch noch der world search die wird ja wohl wahrscheinlich eigene musik haben oder das ultimative gehöre und trainingsspiel übertreibt okay schauen wir mal rein vielleicht sehen wir auch im chat ein paar leute falls die haben uns eingeländet nicht wird es halt nicht gezeigt kategorien 615 und runden hallo vielleicht macht man die goldene mitte oder wollte man nicht zu sehr mit einem haustiere sportarten spielen okay das ist doch eine geile kategorie oder spiel mit spiel kommen und wenn wir schon mal hier sind auf der seite die world search gesehen die haben wir jetzt nicht so musik hallo ja okay so ist das spiel ich zeig das jetzt so meine güte das wird natürlich auch ein bisschen einfacher hier ja jetzt das ist mein niveau hier die vollständigen spielnamen stehen da an der seite sehr gut ja sie hat euch gesucht bingo spinner wo ist bingo spinner ich habe schon mal eine folge zugemacht wonder match habe ich auch eine folge zugemacht hey das ist nicht wunderbar ich wollte gerade schon anfangen aber das ist ja gar nicht die sind so lange die dinge die muss man easy finden pool wo ist pool booste ich gerade candy boost heißt das pool ist hier hey das heißt ja loop wenn man es von links nach rechts liest oh fahre empire darf ich viel hate bekommen für die folge von spielmittel.com leuten naja so ist das manchmal und wollen doch tower empire genau das hier also wenn das schwer ist das ist dann professor beziehungsweise das ist dann einfach so eher brain snack haben wir hier noch ja das war viel zu krass wären wir als vip danke dass wir das zweimal hier auf den bildschirm knallt dass ich vip werden soll machen wir mal hier ach experte experte was haben wir hier nochmal gleich nice neuer lebe im ozean wetter asiatische länder sportarten was habe ich getan ich meine ich kann es bedenken das ist volleyball was ich hab da ich hab wahrscheinlich ein elf vergessen das ist das mal ich hab ich das gemacht jetzt ist das so scheiß wie vorhin wieso musste ich das machen ich sehe doch hier der cricket schreibt man so hier oder was ok ich hab cricket irgendwie mit dem c im kopf gehabt das eine mit golf sein ne ist hockey was geht auch noch? Laufen. Joy? Lolem. Lolem. Habt ihr noch nie vom Sporten Lolem gehört? Fechten? Ist bisschen weird, dass wir jetzt so diesen Sound hören, wenn ich jemals gelöst habe, aber was soll's. So Gold, wieso immer noch Golf? Wahrscheinlich ist das nicht immer Golf, oder? Doch muss Golf sein. Golf. Golf. Hier irgendwie... Keine Ahnung... R... E und F. Ja, G, S. Ja, G, S, also... Shit hier. Weez. Äh, der Falsch-Sound. Hm, Golf habe ich nicht mehr gefunden. Geburts-Tag. Ist Geburtstag eine Sportart? Ich denke nicht. Ähm, die... Wave. Ne, ich hab nichts mit W. Ich hab dann Wave gelesen. Hm... Es... Es könnte ja Schwimmen sein. Es könnte Schwimmen sein. Oder... Skifahren. Oja... Slit. Nein, nicht. Ist hier falsch. Ich wollte nicht das Falsch-Ging wieder machen, aber naja. Re... 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 Ne, das ist gar nichts. Wo ist denn noch eine R? Ja, ich suche einfach ein R. Re... 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 T und G. T wird sicherlich Tennis sein. So wie hier zum Beispiel. Und dann noch ein G. G... Gehirnwäsche, Gehirntraining, das ultimative Gehirntraining. Gehirnwäsche und Training. Gehirnwäsche, Gehirnwäsche, Gehirnwäsche und Gehirnwäsche. G-g-g-g-g-tumor. Ne, das ist es leider nicht. Hm, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht stimmen kann. Wie wäre es mit Gymnastik? Huuhuuuui, wie heißt sie jetzt VIP, das bisschen Ruhe... Ich nehme diesen Kreis nicht an. Ich kann dem Chat nichts zeigen, weil im Chat nichts los ist. Normal. Mystische Kreaturen. Nachtische. Musikgenres. Ostern. Eurovision Song Contest. Da bin ich dabei. Normal. Ich gucke erstmal nicht so wirklich nach rechts. Vielleicht bin ich da. Doch komm. Wir wollen das ja nicht zu sehr länge ziehen im Video. Also, was haben wir denn alle? So Anzeigetafel, Halbfinale. Ich dachte, da kommen jetzt so spezielle Acts oder so, aber was soll denn Village sein? Ja, einfach nur Village. Haben die Village People teilgenommen oder was? Ich hab noch gar nichts hier. Ich gucke da nicht richtig hin. Nee, Künstler. Künstler. Game. Ich weiß kein Game. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gato ist hier Spanisch für Katze, oder? Das ist aber leider nicht drin. Ey, schau mal. Bei Eurovision Song Contest ist das mal Eurovision gesucht. Crazy shit, ey. Ähm. Ey, ich hab nicht gezählt. Oh, noch mal bitte. Noch mal. Ah, jajajajaja. Was haben wir denn eben auch so? Hm. Fans müssen wir suchen. Fans. Kommentar. Warum seh ich grad nichts? Ey, so ne richtig scheiße einfach plötzlich. Einfach kagge. Da, ich hab Fans gesehen. Einheit? Was ist denn ne... Warum denn Einheit? Ja gut, wegen, äh, dem Gedanken, dass wir alle zusammen sind. Eine Einheit bei diesem Contest. Ja, okay. Äh, Village. Hab ich Village? Ich hab immer noch nicht, wo ist ein V hier? V wie... Schwer sagen, weil ich's immer noch nicht gesehen habe. V Village. Spektakel. Warum muss ich das jetzt so übertrieben betonen, ey? Einfach nur, um die Zeit zu filmen, bis ich was finde. Green Room. Ja, guck mal hier, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab schon Sterne verloren. Da muss man ja nicht, denn hier alle... Wir können ja jetzt voll machen, ja? Kann ja wohl nicht sein. Wir verlieren einfach Sternen hier. Weil ich nicht gesehen, dass die Hälfte der Wörter nebeneinander diagonal geschrieben wurde. Kann ja nicht sein. Anzeige schließen. Ja. Ich denke, wir wollen es nicht übertreiben. Oder warum kommen wir immer nochmal richtig leicht machen? Komm, so eine super quicke, runde Machen wir noch hier mit Haustieren. also wir werden mit kanarienvogel jetzt kommt speedrun ok wir machen speedrun maus das wird ja wohl nichts diagonal geschrieben sein vielleicht affe und dann hund und katze hamster hier nochmal maus hier habe ich nicht maus schon gefunden naja maus ist falsch da steht maus müssen es einfach falsch unglaublich ich brauche die drei sterne ich bin verblut egal ich war komplett durch bis zum nächsten mal warum ist hier niemand ihr assholes bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal